Frauen gründen und führen ein eigenes Unternehmen. Mit vielfältigen Angeboten begleitet sie das Projekt ICE auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit und beim Aufbau ihres Unternehmens. Von der Idee zum Konzept, zur kleinen Firma und schließlich zum erfolgreichen Unternehmen. Gemeinsam mit anderen Frauen oder auch im individuellen Gespräch gibt es Informationen und Antworten auf ihre Fragen. Wir unterstützen sie auf dem Weg an die Spitze ihres Unternehmens. In unserer Region Bonn-Rhein-Sieg haben wir ganz viele Frauen mit dem Potenzial zur Unternehmerin. Es ist unser Ziel, diese zu motivieren, über Selbstständigkeit ganz intensiv nachzudenken. Wir wollen, dass selbstständige Frauen aus Wachstumswünschen, Wachstumsziele machen. Auf diesem Weg begleiten wir sie. Starten Sie mit uns durch zur Unternehmerinnenregion Bonn-Rhein-Sieg. Startschuss für den Rheinischen Kunstpreis des Rhein-Sieg-Kreises 2010. Der Startschuss für den Rheinischen Kunstpreis 2010 ist gefallen. Noch bis zum 2. Oktober können sich Künstlerinnen und Künstler auf die begehrte Auszeichnung bewerben. Verliehen wird der Rheinische Kunstpreis vom Rhein-Sieg-Kreis in Zusammenarbeit mit dem LVR-Landesmuseum Bonn des Landschaftsverbandes Rheinland. Fast zehn Jahre ist es her, dass der Kunstpreis zum ersten Mal gestiftet wurde. Seitdem wird der Preis alle zwei Jahre für hervorragende Arbeiten auf dem Gebiet der bildenden Kunst vergeben. Der Rheinische Kunstpreis ist in der Kunstszene sehr angesehen. Schließlich erfüllt er alle Kriterien, die einen guten Preis ausmachen. Was das für Kriterien sind, weiß Dr. Gabriele Uelsberg vom Rheinischen Landesmuseum. Ein guter Preis sollte ein gutes Preisgeld haben, weil sonst ist es nur Ruhm und Ehre und nicht so sehr auch wirklich Unterstützung und Förderung. Ein guter Preis sollte eine Dauerhaftigkeit haben. Das heißt, er sollte immer wieder vergeben werden, damit er bekannt wird und damit sich auch die Künstlerinnen und Künstler darauf verlassen können, dass dieser Preis weiter besteht. Und ein guter Preis sollte auf Qualität achten. Das heißt, die Preisträgerinnen und Preisträger sollten einfach gute Kunst machen und dann wird der gute Preis auch wirklich ein Standard, den man setzt und mit dem man Kunst im wahrsten Sinne des Wortes unterstützen und fördern kann. Die Auszeichnung dient zudem der Förderung der kulturellen Entwicklung und Integration des Rheinlandes sowie der europäischen Partnerregion des Rhein-Sieg-Kreises. Er hat die Region der Rheinlande zum Anlass, eine Gunstregion, in der es unendlich viele hochqualitätvolle Künstlerinnen und Künstler gibt. Er hat ein sehr, sehr gutes Preisgeld und es ist eine bedeutende Ausstellung, eine Einzelausstellung am LVR Landesmuseum damit verbunden. Und er setzt jedes Jahr auf Qualität der Bewerbungen. Und dadurch hat der Rheinische Kunstpreis mittlerweile einen ganz hohen Stellenwert in der Kunstszene in der Bundesrepublik und viele schauen neidisch und überlegen, ob sie nicht vielleicht doch ins Rheinland ziehen sollen, um sich einfach bewerben zu können. Die Richtlinien für die Vergabe wurden vom Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises beschlossen. Bis zum 2. Oktober können sich Künstler des Rhein-Sieg-Kreises bewerben. Genaue Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie auf www.rhein-sieg-kreis.de slash kunstpreis.